Und gerade eben hat ein Herr von der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten angerufen, weil er sich eben auch für den Wir-2020-EU-Verleumdungshetzschrift-Skandal interessiert. Und er hat sich von mir, wie der Verfassungsschutz ja auch, alle Beweismails schicken lassen. Das wird jetzt also gesichtet. Und ja, wir haben also darüber gesprochen, dass ich also der Meinung bin, dass eine Partei, bei der Vorstandsmitglieder eine solche kriminelle Mentalität entfalten, ja, dass die in Deutschland keine Rolle spielen soll und darf. Ja, eine Mentalität, wo quasi die Menschenrechte anderer Personen, in dem Falle über 20 Professoren und Doktoren, unter anderem eine ehemalige Bundesministerin und Bundesverdienstkreuzträgerin, einfach quasi mit Schmutz beworfen werden, mit einer Lüge nach der anderen. Er hat auch die E-Mail bekommen, wo also da wurde ja gesagt, ah ja, diese Gespräche haben ja gar nicht stattgefunden. Die Person hätte auf Nachfrage gesagt, die ganzen Verhandlungen und Beratungen und Talkshows hätten gar nicht stattgefunden oder er wüsse nichts davon. Und er hat natürlich die E-Mail geschickt und hat natürlich geschrieben, ist alles Unwahrheit, quasi in Kurzform. Ich wurde nie angefragt und habe mich dazu nie geäußert. Also ist auch dieser Teil, wo wir es ja nicht genau wussten, auch dieser Teil ist jetzt überführt durch diesen Zeugen als reine Lüge. Und dann hatte ich noch ein Telefonat mit dem ursprünglichen, einem der ursprünglichen Mitgründungsväter sozusagen der Partei WIR 2020. Und der meinte eben auch, ja, diese kriminelle Mentalität innerhalb von WIR 2020 EU im Unterschied zu WIR 2020 DE, also sei eben auch damit, hinge damit zusammen, dass es dieses WIR 2020 EU eigentlich gar nicht gäbe. Denn das sei eine Scheinvorstandswahlen gewesen, weil die alle nicht rechtmäßig waren, die Wahlen, also nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprochen haben. Also sei diese Partei das Schwierige sein, man könne diese Partei gar nicht verklagen, weil es gar keine Partei ist, sondern das sind Leute, die quasi vorspielen, sie hätten irgendwie Vorstandswahlen gemacht, aber die waren gesetzeswidrig und sind also nichtig eigentlich und ungültig. Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht auf jeden Fall. Ich kann nur feststellen, da ich die Wahrheit weiß und sie beeiden kann und dass alles gelogen ist. Und von jeder Aussage, die in dieser Hetzschrift steht, praktisch das Gegenteil der Fall ist. Und das Letzte, wo wir noch unklar waren, was Sache ist, sozusagen, das haben wir jetzt bekommen. Vielleicht mache ich es dann doch jetzt schon mal gleich schnell, dass ich Ihnen das gerade mal schnell zeige. Wo könnte ich denn das jetzt finden? Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde für Sie. Also man geht auf die Homepage, Weltrat der Weisen. Man geht auf Seite 2. Man geht hier. Da muss doch irgendwo. Ne, ich mache es in der nächsten Sendung. Oder doch, vielleicht, jetzt habe ich es ja vielleicht. Kommentare von WLAN, das klingt schon mal ganz gut. Wo hier. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das das Richtige für Sie ist. Ne, ich mache es in der nächsten Sendung. Also, Sie wissen ja alles, erwarten Sie in der nächsten Sendung, wo es dann auch um den, die Nachlese zum Basis, die Basis Talk, also Talk der Partei, die Basis geht und so weiter, kommt jetzt gleich die nächste Sendung. Ja, also ich muss darauf vertrösten. Das klappt hier irgendwie so auf die Schnelle dann doch nicht. Tschüssi, bis bald.